Du kriegst jetzt einen Rundgang, exklusiv. Es ist leider etwas dunkel, aber wir sind fertig. Wir liegen mega gut in der Zeit. Vier Meter von hier. Und jetzt gehe ich mit dir mal durch. Das ist die Ansicht von der Seite, wo die Leute reingehen. So, da ist alles voll. Morgen früh müssen wir noch ein paar haken, wie du siehst, unsere Wundertüten. So, haben wir noch ein bisschen Luft, aber wir haben ja auch noch ein bisschen was, was wir dann holen können zur Not. So, jetzt wird etwas heller. Die Lämpchen hat der Holger noch gebaut. So, hier haben wir so eine nette kleine Ecke gemacht vor der Kasse, damit wir unsere letzten Kalender noch loskriegen. Es ist zwar hier etwas eng, aber die Leute sehen das ja und können da auch ran oder mit uns reden. Und das ist dann quasi die Kasse hier hinten. Das wird dann noch versteckt. So, und ich glaube, jetzt hast du schon mal alles gesehen. Ein Münzautomaten haben wir auch mit diesmal. Anblick von hier, also da drüben ist der Eingang, wo die Körbe stehen. Einmal die Runde rum. Und morgen schreiben wir wieder dran, Eingang, Ausgang. Und hier ist unser kleines Schaufenster. Vielen Dank.